Hallo Filmfans, herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik und zu einem neuen Format, was eigentlich nicht wirklich so neu ist, aber letzten Endes habe ich mich dafür entschieden, aus diesen Reviews, die kommen werden, zu diesem Regisseur ganz klar ein Format zu machen, was allerdings sehr unregelmäßig und dann sehr spontan hier auf diesem Kanal erscheinen wird. Und das war am 25.07.2015 gewesen, als ich euch den Film Body Puzzle etwas näher besprochen hatte von Lamberto Bava und euch am Ende mehr oder weniger auch ein bisschen angedroht hatte, mir weitere Filme von ihm anzuschauen und daraus natürlich Reviews zu machen. Und ja, ich habe mir gedacht, das passt eigentlich ganz gut zu diesem Kanal, mich auch ein bisschen oder sehr ausführlich mit seiner Filmografie auseinanderzusetzen, denn es gibt einige Filme, die ihr gemacht habt, die ich bis dato noch nie gesehen habe. Und ich hatte letztes Jahr sicherlich die Chance gehabt, euch gleichzeitig zwei Reviews zu bringen, aber ich habe es halt nicht einfach verpennt oder ich bin einfach nicht aus dem Pott gekommen, euch mehr oder weniger eine weitere Kritik von diesem Format zu bringen und habe mir gedacht, komm, mache ich jetzt an dieser Stelle einfach mal ganz spontan weiter und zwar mit dem Film Monstershark. Ja, und das ist sicherlich der Film, für den sich Lamberto Bava mit am meisten grämt, wobei ich sagen muss, dass ich mit Body Puzzle einen relativ schlechten Einstieg hatte, dieser Film von Anfang bis Ende relativ lahm und teilweise auch sehr uninspiriert für einen Jalovar. Und Monstershark eigentlich ein durchaus kompetent gemachtes Tierhorror-Monster-Trash-Filmchen ist, was auch bis zum bestimmten Grad wirklich sehr viel Spaß macht. Es ist durch und durch Guilty Pleasure, es ist für viele natürlich einer der 100 schlechtesten Filme aller Zeiten, also er kommt in vielen Top 100 vor und dieser Film wird im Allgemeinen immer sehr schlecht bewertet. Und obwohl er handwerklich wirklich sehr kompetent und sehr routiniert heruntergekurbelt worden ist, es ist sicherlich irgendwo ein Schnellschuss, aber ein Film, der in vielen Belangen doch sehr schön aussieht und mehr aus seinem Budget rausholt, was er letzten Endes hatte, aber auf der anderen Seite vor allem dann doch deutlich bei den Monster-Effekten und beim Monster-Design ein bisschen versagt. Und dieser Film ist mir auch schon in jungen Jahren über den Weg gelaufen, aber ich kannte den Film bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich nur auszugsweise und hatte jetzt natürlich auch die Möglichkeit, mir das komplette Machwerk anzutun und hatte doch vor allem nach einer sehr drögen, nach einer sehr lahmen ersten halben Stunde wirklich sehr viel Spaß mit diesem Film, denn er ist quasi eine Anhäufung von Klischees, von vielen Filmfehlern und der Film selber ist scheinbar auch quasi die Vorlage gewesen für die Roger Corman-Produktion Sharktopus. Scheinbar immer mal wieder im Netz wird vor allem Sharktopus als Remake von Monster Shark angesehen, was eigentlich auch irgendwo passt, denn beide Kreaturen sind eigentlich fast identisch, zumindest was die Zusammensetzung angeht, obwohl Monster Shark selber auch eine Mogelpackung ist, obwohl der englische Titel The Warring Waves, wer weiß, wie ihn weiter auf diesen Film eigentlich an sich passt, aber so wie die Kreatur herumkommt, wir haben jetzt mit einem prähistorischen Fisch zu tun, der mit einem Tintenfisch gekreuzt worden ist und der Sharktopus selber war ja eine Kreuzung aus einem Hai und einem Tintenfisch, passt das schon irgendwo, obwohl, wenn man die Kreatur vor allem in Nahaufnahmen sieht, sieht man eigentlich mehr oder weniger einen großen Kopf, aus dem hinten ein paar Tentakel ragen und das war es eigentlich auch gewesen und das ist von der M-Setzung her relativ schlecht teilweise ausgefallen, auch von der Funktionalität, wenn man sich das Finale ansieht, wie diese Kreatur dann teilweise im sehr flachen Gewässer agiert, ohne dass großartig eigentlich eine Interaktion mit den Darstellern passiert, beziehungsweise sind meistens eigentlich nur die Tentakel, wie sie sich um die Opfer schlängeln und sie dann runterziehen, dann sieht man kurz das Maul, wie es mehr oder weniger das Opfer dann zerfleicht, zerkaut, zerhackt, was auch immer. Der Film hat immerhin ein paar ganz nette kleine Gore-Einlagen, die nicht von der Hand zu weisen sind, aber was so ganz besonders an dem Film an sich ist, ist eigentlich die Story an sich, wie sie aufgebaut wird und es ist teilweise am Anfang so, dass eine Szene an die andere geklatscht wird, ohne dass es irgendwie einen großartigen Bezug zu nennen hat. Vor allem am Anfang sieht man den vermeintlichen Helden Sam Elliott, der hier Weltmeister am Unterwasserschwimmen ist, wie er eine Schildkröte füttert und streichelt. Dann kommen die Titel-Credits und dann haben wir unser erstes vermeintliches Opfer, Tommy, der sich im Bauchschwimmen versuchte, was allerdings nach hinten losgegangen ist. Er hat irgendwo seine Beine verloren, die Küstenwache bergt ihn und macht dabei scheinbar auch Fotos, wobei die Frage ist, wer hat denn da an Bord dieses Helis nebenbei Fotos gemacht bei der Bergung? Das wird irgendwie nicht aufgeklärt. Und dann gibt es eine Szene, die ganz deutlich in Richtung der Weiße Hai geht, wenn er die Mutter von Tommy aufschlägt, wobei Tommy auch schon relativ alt aussah. Das ist ein relativ komisches Casting, was die Merdovin ja für diese beiden Figuren da durchgeführt haben. Und wir lernen auch den Sheriff kennen, der ein durchaus souveräner Roy Scheider-Ersatz ist und von Gianni Gijako verkörpert wird, der auch schon im Body Puzzle mit von der Partie war und hier den einen oder anderen trockenen Spruch raushaut und natürlich auch noch einen Hilfsdeputy hat, der sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbracht hat. Und am Ende sicherlich auch den Tag hätte retten können, wenn man sich denn über gewisse Klischees hinweg hätte setzen können und diesen Typen Merdovin ja am Ende zum Helden hätte machen können. Das wäre sicherlich eine ganz coole Idee gewesen. Aber es geht darum, dass man Merdovin ja den Helden anwirkt, denn der erste Einzige, der mit seinen Geräten, die er in seinem Laden oder er in seinem Schuppen oder seiner Abstellkammer hat, mit denen er das Geräusch dieser merkwürdigen Kreatur quasi aufnehmen kann. Denn der gute Bob, der für das Ozeanische Institut arbeitet, kriegt das irgendwie nicht auf die Reihe. Er nimmt zwar was auf, aber man hört das Geräusch am Ende nicht und Bob ist eigentlich die meiste Zeit damit beschäftigt, Dosenbier zu trinken und das auch ins Meer zu schmeißen. Deswegen nenne ich ihn jetzt einfach fairerweise Dosenbier-Bob und er hat es auch geschafft, in schnellster Zeit mein liebster Charakter in diesem Film zu werden. Aber allerdings ist es meistens so, wenn bestimmte Figuren irgendwas Doofes machen, dass sie auch dann relativ schnell dafür im Verlaufe eines Films oder vor allem solcher Filme dann recht schnell und drastisch bestraft werden, was leider dem guten Bob dann auch passiert. Aber ich muss sagen, bis dahin bietet Dino Conti eine wirklich ordentliche Show, muss ich einfach sagen. Und vor allem merkt man, dass die Darstellen doch damit viel Spaß bei der Sache waren und der Film eigentlich zu keiner Zeit wirklich richtig ernst zu nehmen ist. Es ist einfach durch und durch ein Trash-Film, das sieht man im Film auch irgendwo an. Er hat zwar diese Idee, vor allem auch wenn die Motivation des Erschaffers, dieser Kreatur, unseres verrückten Wissenschaftlers, der eigentlich nicht so verrückt, nicht dieser typische Mad Scientist ist, natürlich dann aufgelöst wird, dann sieht man ganz klar, dass diese Kreatur vor allem jetzt eine Metapher für die Verschmutzung der Weltmeere funktioniert, für die Umweltzerstörung und ja, Dosenbier Bob war leider mehr oder weniger ganz klar einer dieser Leute, die das mehr, obwohl sie ganz klar auch dafür gearbeitet haben und auch sich mit den ganzen Kreaturen, die im Meer sich so befinden, damit beschäftigt haben, auch mit deren Verhalten, nicht wirklich diese, also halt quasi die Natur an sich zu schätzen wusste und das zeigt natürlich der Film ganz klar und deutlich. Und ja, das mag sie jetzt an dieser Stelle sehr seriös anhören. Und wenn man den Film sieht, hat man allerdings eher das Gefühl, dass dieser Film in eine komplett andere Richtung geht und deswegen hat Bava dann mehr oder weniger auch seinen Namen zurückgenommen und es wurden diverse Regie-Pseudonyme genommen wie Michael Dolman oder wie in den Titel-Credits des Films erschien ein gewisser John Orr Junior, ein alter John, der ein Junior ist, der Monstershark gedreht hat. Aber Bava braucht sich eigentlich bis zu einem bestimmten Grad eigentlich nicht für diesen Film zu schämen, obwohl es wirklich sehr viele Szenen gibt, die komplett an den Haaren herbeigezogen sind und eigentlich komplett dämlich sind. Das gilt auch für eine Mitarbeiterin von Dr. West, der natürlich in seinem Labor bestimmte Genexperimente macht, beziehungsweise Gensplicing und so und wo diese Kreatur scheinbar auch herkommt. Was allerdings der Film auch in keinster Weise zeigen kann, da das Budget einfach nicht groß genug war, um das in irgendeiner Art und Weise zu visualisieren, die Entstehungsgeschichte dieses Wesens, was hier relativ ein wirklich halbgar erklärt wird oder aufgeklärt wird, wie eigentlich dieses Wesen dort ins Meer gekommen ist und wie es letztendlich zu dem wurde, was es jetzt finalerweise ist. Und sie will natürlich weg, sie bestellt sich ein Taxi, was auch relativ spaßig ist, nimmt dann aber noch ein Bad und nimmt natürlich leider den Föhn mit. Ja, man sollte sich nie in der Badewanne föhnen, obwohl man ganz klar das jetzt doppelt deutlich sehen kann, diese Szene an sich. Aber es war relativ spaßig anzusehen, muss man mal sagen. Und die Handlanger selber, die natürlich für unsere mysteriösen, irren Wissenschaftler arbeiten, nehmen das natürlich auch komplett ernst. Und es gibt natürlich die eine oder andere Konfrontation. Und das Ganze bietet schon ein gewisses, solides Maß an Action. Natürlich auch, wenn der Monstershark selber eine Aktion trifft und natürlich das eine oder andere Boot zerstört und sich seine Opfer schnappt. Das sieht auch ganz nett aus, wenn diese Gummitentake kommen und den einen oder anderen umwickeln und man natürlich dann noch Stock-Footage eingefügt hat von echten Tintenfisch-Tentakeln und so weiter. Dann weiß man schon, an welcher Adresse man gelandet ist. Und das haben natürlich die Italiener vor allem bei ihren weißen High-Rip-Offs sehr oft gemacht, dass sie zu Stock-Footage zurückgegriffen haben. Aber dieser Film versucht immerhin nicht wirklich so ein rein kommissioneller weißer High-Rip-Off zu sein, denn er hat immerhin versucht, die Kreatur, die hier im Film vorkommt und die natürlich hier für Angst und Schrecken sorgt, ein bisschen zu variieren und etwas anderes draus zu machen. Obwohl im Finale, vor allem im seichten Gewässer, wenn Soldaten mit ihren Flammenwerfern gegen das Monster ankämpfen sollen, dann doch man sich fragt, wie die Kreatur vor allem in diesen flachen Gewässern so agieren kann und sich natürlich die Opfer schnappt und sie nach und nach mit ihren Tentakeln dahin wirkt, was auch relativ witzig aussah und am Ende des Tages unser Held dann natürlich endlich in den Urlaub fahren darf. Das ist so die Endszene. Das war für mich so das Gefühl, war der einzige Konflikt, der den guten Sam Elliott angetrieben hat und zwar, dass er endlich in den Urlaub möchte, aber er musste den Urlaub mehr oder weniger um eine Woche verschieben, um natürlich gegen den Monsterschark zu kämpfen, dann noch die Wissenschaftlerin mehr oder weniger noch zu bezirzen und zu beflirten am Ende quasi so als Love Interest. Das hat dieser Film, dieser Film hat ein paar relativ kitschige Szenen, wo die Musik auch wirklich sehr gut passt. Das hat mehr in den Rosamundepilcher-Film gepasst, als wirklich in einen reinrassigen Tierhorror-Monster-Trash-Film, würde ich jetzt mal so was sagen. Das konteragiert, das beißt sich schon quasi mit gewissen Szenen, die dann später kommen, die eigentlich dann doch dorsch aus der Ernst gemeint sind, wo natürlich der Held oder die Nebenfiguren, die im Film da sind. Der Film hat schon ein ordentliches Arsenal an Figuren zu bieten, natürlich gerne in Gefahr sind und so. Dann ist es schon komisch, wenn sie am Strand sind und dann sich gegenseitig anflirten und die Musik dann schon sehr romantisch wird, während es dann Momente gibt, wo die Musik sehr synthilastig daherkommt und auch sehr cheesy wirkt, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß ja nicht, was den Komponisten dabei geritten hat, quasi so eine Musik mehr oder weniger für bestimmte Szenen in diesem Film zu verwenden oder einfach, ob dieser Score schon vorher vorhanden war und sie haben sich gesagt, komm, um den Film noch schneller rauszubringen, nehmen wir einfach einen Score, der noch nicht für einen Film benutzt worden ist und verwenden ihn einfach für unseren Film. So wirkt es teilweise auch. Und Monstershark ist ein Film, der schon ein bisschen gerade Spaß macht, nur die erste halbe Stunde, die zieht sich schon ein bisschen, da einfach irgendwie Szene an Szene geklatscht wird, man eine Figur nach der anderen kennenlernt, ohne dass diese großartig charakterisiert wird. Es sind mehr oder weniger wirklich durch die Bank, wirklich Stereotype, Klischeefiguren, was komplett für diesen Film auch reicht. Und es ist bei Weitem kein schlechter Film. Dieser Film ist wesentlich besser als Bodypuzzle, vor allem, da er sich bis zu einem bestimmten Grad nicht ernst nimmt und Bierdosenbob mir wirklich in all seinen Szenen, die hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen hatte. Und deswegen bekommt Monstershark auch wirklich gute, auch wenn durchschnittliche 5,5 von 10 Punkte von mir. Ja, ihr könnt mir natürlich in den Kommentar reinschreiben, was ihr jetzt von diesem neuen, wenn auch ein bisschen alten Format, was ich schon länger geplant hatte, so haltet. Ob ihr den Film kennt, wie ihr ihn so findet und was ihr euch noch so von diesem Format erwartet. Da dürfte noch einiges auf euch zukommen, allerdings dann in sehr unregelmäßigen Abständen. Aber da kommt noch so einiges in Hinsicht auf der Filmgrafie von Lamberto Bava, die ich hier abachsen werde, bis zum Erbrechen, bis ich irgendwo da niederliege und ihr mich nicht mehr vor der Kamera seht, sondern ich mehr oder weniger vom Boden aus zu euch spreche. Aber das könnt ihr mir alles in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, euch hat diese Kritik zu Monstershark von Lamberto Bava gefallen. Und bis zum nächsten Mal zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.